Norddeutscher Rundfunk 2021 der vierte Platz der Titelverteidigung des letzten Jahres der TS Spau Ringlinge muss sich diesmal mit dem vierten Platz betrieben und von mir ist sich der TS Spauer am liebsten schlagen natürlich vom VfB Bretter der diesmal den dritten Platz erwerfte Herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch So, jetzt wird es langsam um die besten Plätze, mit dem zweiten Platz musste sich heute der TS Spau Kickers Büchig aber es kann auch nur einige Sieger geben Herzlichen Glückwunsch Und Sieger ist Premier allen Startporeals 2016 ist der FC Neidsheim Herzlichen Glückwunsch nach Neidsheim von der Kuh und der Kuh von der Kuh von der Kuh So, jetzt möchte ich aber noch zwei Spieler auszeichnen, und zwar sind beide vom VfB Bretten. Einmal der Torschützenkönig des heutigen Turniers mit acht Treffern war das der Philipp Eberl. Und den Torhüter des Juniors ist ebenfalls vom VfB Bretten, das ist der Torhüter. Janis Latvia, ist der da oder ist er schon nach Hause? Nicht da, aber... Zum Abschluss möchte ich mich noch einmal im Zeichen des Ausgleichs des Teams auch im Grundrecht herzlichen bedanken, bei allen Mannschaften, für ein faires Turnier. Die Resolanz war sehr gut heute, was uns natürlich auch freut. Und vor allen Dingen möchte ich mich auch bei den Schiedsrichtern bedanken. Jetzt muss ich schauen, ohne Prädikation ist nicht mehr. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und bedürfe ich einen Erfolg, den ihr euch natürlich alle erwarten müsst. Danke. 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 Soчив hören Sie zu, danke.